Das ist jetzt auch eine Thematik, die oft oder die oft erwähnt wird. Wann immer sie an einem Tag Blut sieht und an dem anderen Tag Reinheit und wann immer sie an einem Tag Blut sieht und an dem anderen Tag Reinheit und die Zeitspanne der längsten Zeit der Menstruation nicht überschritten ist, dann fügt sie dieses Blut dem anderen Blut hinzu und dies ist dann die Menstruation und der Rest ist Reinheit. Wenn es aber die längste Zeitspanne überschreitet, dann ist es nicht menstruelle Blutung. Das bedeutet, sie hat am fünften Tag gedacht, sie ist rein und am sechsten Tag hat sie wieder Blut gesehen. Dann wird gesagt, das wird alles weiterhin der Menstruation hinzugefügt. Das alles ist Menstruation, die Monatsregel. Weil fünf oder sechs oder sieben Tage, so lange kann die Menstruation dauern. Sollte es aber länger sein, sie hat zum Beispiel jetzt am achten Tag war sie rein. Sie war dann rein und dann irgendwann am vierzehnten oder am fünfzehnten oder am sechzehnten Tag sieht sie wieder Blut. Dann sagen wir nicht, dass dies auch zur Menstruation zählt, weil diese lange Zeitspanne ist oder zählt nicht zur Menstruation. Das bleibt dann auch ein bisschen weiter. Untertitelung. BR 2018